jetzt kommt hier alles auf einmal kurz zu checken was meine freundin schreibt da kommt noch jemand so jetzt sie will wissen was sie mir vom weihnachtsmarkt mitbringen muss so so Das war's für heute. Was ist aus diesem kalten Wasser raus? Wo ist er denn jetzt? Jetzt bin ich schon wieder ins Wasser gefallen. Ich flippe hier gleich aus. Wo ist er denn jetzt? Ich flippe hier aus. Ja, wir gehen ran. Ich habe gerade überlegt, gehe ich vielleicht telefonieren? Das ist sogar der Störturm. User. Okay, wir werden ganz bestimmt nicht jetzt da hingehen, weil der Störturm für ihn spielt und nicht für mich. Ich muss jetzt hier weg, weil laut. Aufsehen. Oh Mann, jeder weiß, dass ich hier bin im Prinzip. Aber ich glaube, Telefon will auch Stress und kommt und pusht. Okay, jemand ist am Telefon, ist sogar am Detektor. Okay. Hier klingelt sogar nochmal das Telefon. Schade, dass man hier noch ein zweites Telefon-Duell annehmen kann. Wie ist denn hier noch ein zweites Telefon-Duell annehmen kann. Hier ist irgendjemand noch irgendwo. Gunfights! Hier ist auch eine Com. Ah, Telefon ist schon da. Sehr geil. Jetzt zieht draußen auch noch jemand. Huh? Huh? ist aber noch jemand so Hier ist noch jemand. Was? Was?